Hallo Leute, ja wir sind hier in Simotrans, wir haben letztes Mal hier aufgehört, wir haben Burgen angeschlossen, die sollten alle angeschlossen sein, jetzt sollten wir vielleicht nochmal gucken, wo solche Kirchen sind, ob es da Sinn macht, auch noch welche anzuschließen, da sind reichlich viele und da ist das Personal, äh, Personal, das Fahrgastaufkommen ja nicht so hoch, da müssen wir mal schauen, ob sich irgendwo was rentiert oder nicht rentiert, am Logo gucken wir da rein. So, dafür brauchen wir die Listenansicht, die letzte war die touristischen Ziele und da müssen wir mal gucken, wo diese Kirchen alle so rumschwirren, ne, diese ist zum Beispiel ganz nah, ach, die ist schon abgedeckt, die haben wir tatsächlich gemacht wohl, weil ganz nah ist. Die nächste müsste auch abgedeckt sein, okay, da haben wir das mit dem Hafen, jetzt ist die Frage, welches ist das, welches ist die Verbindung, Sehenswürdigkeit Hafen, okay, das haben wir gekoppelt, ist aber noch kein Dingens unterwegs, sag schon, kein Fahrzeug unterwegs, diese Kirche zum Beispiel, sehe ich jetzt, die fährt ständig, äh, ewig dahin, das dauert mir zu lange, die würde ich jetzt nicht nehmen, diese genauso wenig, weil auch viel zu weit weg von irgendeiner Stadt, also muss ich aufpassen, dass sieht die richtigen hier immer aus, hier macht es wieder Sinn, Sie sehen das bestimmt nachher, wenn das angeschlossen ist, so, das würde bedeuten, hier kommt es hin, 1, 2, dann wird es nicht abgedeckt sein, 1, 2, das heißt, hier müsste das hin, hier käme aber auch schon ein Hafen hin, wenn, aber hier machen wir kein Hafen, das heißt, wir müssen hier das Land verändern, so, warte mal, noch mal, 1, 2, Haltestelle, 1, 2, 1, 2, Haltestelle, dann machen wir die da hin, ne, und Straße gebaut, nach da hin, und den da hingestellt, ne, so, jetzt ist hier eine Halte, äh, eine Kutsche schon am Fahren, die ist auf der Stadtlinie Solingen, hat welchen Fahrplan, okay, die würde auch da hinfahren, ja, machen wir dann da oben noch hinzu, ne, Solingenburg, dann Rathaus, und dann da oben hin, passt erstmal, können wir schließen, der fährt da hin, jetzt sehen wir hier zum Glück, dass das Ruinen ist, dann waren wir da zuletzt, hier sind wir weit weg von irgendwelchen Wortschaften, das ist auch noch zu weit, obwohl, das sind zwei, dann wird es Sinn machen, ich glaube, da macht es Sinn, was hinzubauen, das machen wir zu, das macht auf, und jetzt würde das bedeuten, dass wir die Straße hier runter ziehen, ne, wie geht es hier lang, da lang, okay, das ist natürlich hier schon schwierig, mit dem ganzen Berg hier, gags die Stadt so weit bis dahin, dass das nachher mit der Haltestelle passt, gute Frage, ne, vielleicht machen wir, das so, ich mache es einfach erstmal so, später könnte man es ja immer noch umbauen, wenn die Stadt sich bis dahin erweitert, so, jetzt wird es hier eine neue Linie geben, das ist Laatzen, da, neue Linie, Laatzenkirchen nennen wir das, achso, warte, davor muss noch, ja, mach mal Stadtbus, Laatzenkirchen, und das wäre von da nach da, das passt mit der Linie, wir müssen nochmal hier, weil irgendwie hat er da keine Verbindung gemacht, der Rest passt, so, das ist okay, das schließen wir, jetzt müssen wir kurz gucken, wo hier, da oben ist das Depot, sehr schön, und, Pferdekutschen, oder Pferdekutsche, und dann Stadtbus Laatzenkirchen, passt, und, starten, so, das ist dann schon mal angeschlossen, wir können hier schließen, sind dann jetzt hier, das ist zu weit weg für mich, das ist auch zu weit weg, ok, da ist sowieso zu weit weg, hier, das ist, na, da können wir was machen, so, so, das wäre 1,2, die würde hier hinkommen, alte Stelle, müssen wir hier machen, und daneben müssen wir noch so eine Anschrägung machen, damit die Straße da hoch geht, ne, dann machen wir so, alte Stelle da hin, passt, da gibt es einen neuen Stadtbus, glaube, das macht anders keinen Sinn, Linie, neue Linie, Stadtbus, Walzhut, Schuss, von da nach da, passt, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier das Depot ist, das ist auch weit weg, das ist wohl ganz weit weg, das ist hier oben, naja, die werden ewig brauchen, bis sie da sind, ne, jetzt habe ich hier irgendwo drauf geklickt, aus Versehen, die, 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 das war Stadtbus, Walz, ruht, und starten, läuft, kann zu, dann sind wir wahrscheinlich hier als nächstes, so, so, das ist zu weit weg, das auch zu weit weg, ich glaube, das geht, das können wir machen, von Bornheim, können wir da hinfahren, ne, so, das ist, lass mal gucken, Haltestelle, 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 ne, wenn da die Haltestelle ist, nimmt sie, warte nochmal, Haltestelle, Haltestelle, hier muss die Haltestelle hin, ok, das deckt dann da ab, und das passt, kann zu, Linie, neue Linie, passt, Name ändern, Stadtbus, Bornheim, passt, schließen, wo ist hier das Dingens, auch hier oben, Lkw, zwei Spannner, Kutsche, Stadtbus Bornheim, da ist er, und starten, fährt auch, das kann zu, das kann zu, und wir sind hier, zu weit weg, oder, ja, da warten wir nochmal ab, auch zu weit weg, ja, und wie kommt das denn da hin, das muss ja hier sein, alte Stelle, alte Stelle, alte Stelle, da muss es hin, zack, nochmal das ganze, Haltestelle, da, weiß auch nicht warum der nicht immer anschließt da, und, abdecken, fertig, schließen, hier hin, neue Linie, von da, nach da, und, Stadtbus, Hagen, fertig, schließen, hier hin, doppeltes Gespannen, und auf Stadtbus Hagen, hier hin, doppeltes Gespannen, passt, und starten, fährt, gut, dann haben wir das auch, jetzt haben wir noch drei hier offen, das ist zu weit weg, würde ich sagen, dann haben wir die noch, auch zu weit weg, und die ist definitiv auch zu weit weg, ja, gut, das heißt, wir sind mit den orthodoxen Kirchen durch, und die Sehenswürdigkeiten haben wir alle angeschlossen, das bedeutet, wir werden uns nächstes Mal wahrscheinlich dann um die Auslastung kümmern, ne, Listen, Haltestellen, Bezeichnung, wartend, und gehen dann hier hin, in Leinefeld stehen jetzt wie viele Leute, kann ich jetzt natürlich nicht sehen, weil das hier ist, 53 Passagiere, und da müssen wir dann gucken, wo die hinwollen, dass wir das mal in Angriff nehmen, tja, wahrscheinlich nicht mit Kutschen, sondern mit einem Zug nach Limbach, wo ist Limbach, wo ist Limbach, Neumarkt, da ist Limbach, da müssen wir gucken, wenn wir dann nach Limbach rüber kommen, vor allem ist ja so, dass Limbach Rathaus, die fahren über Neumarkt da oben, und Neumarkt hat auch 16, aber ich würde tatsächlich hier diese Verbindung so kurz mal machen wollen dann, gut, haben wir das erst, ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, falls ihr noch kein Abort macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke, damit wir das nächste Video hochladen, gerne Kommentare schreiben, und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, Ciao! Und nach Leinefeld wollen 33, lohnt sich richtig, ne? ... ... ... ... Vielen Dank.